Hi und herzlich willkommen zum insgesamt schon siebten Türchen von dem Startup Willi Adventskalender heute mit Modulista. Ich wünsche euch viel Spaß. Modulista ist eine Marke der Carvacom GmbH, die 2010 in Freiburg gegründet worden ist. 2016 wurde dann die Facebook-Seite zumindest von Modulista aktiviert bzw. wurde aktiv und dort ist wirklich der Name programmiert. Das heißt Modulista bietet Modules Bauen mit Holz an, das heißt einfach eine individuelle Modulbauweise von Räumen, von Büros, aber auch von ganz normalen Zuhause. Und man kann es sich sehr individuell zusammenstellen, das ist alles auch Maßanfertigung und dementsprechend auch gutes Holz. Zwei Sachen sind im Unternehmen wichtig, einmal dass das Ganze nachhaltig bzw. umweltschonend ist und auf der anderen Seite natürlich auch, dass man immer flexibel ist und alle freie Räume hat. Wie das Ganze aussieht, seht ihr hier mal dementsprechend das Bild. Sie beschreiben es selber als Art Container, nur in schön smart und flexibel. Guckt es euch mal an, falls es euch gefällt. Die Links sind alle unten in der Videobeschreibung. Falls ihr Modulista unterstützen wollt, dann lasst dem Video, aber auch dem Post auf Facebook einen Daumen hoch da. Wir zählen die dann alle zusammen und rechnen dann aus nach dem Adventskalender, welches Startup euch am besten gefallen hat. Und das Startup gewinnt insgesamt fünf Hardcover-Notizbücher mit ihrem Logo drauf. Macht also mit, teilt das, falls es euch gefällt, innerhalb der nächsten 24 Stunden. Wir sehen uns morgen wieder zum 8. Adventskalender. Bis dahin euch viel Erfolg bei einem Masse macht. Haut rein und ciao!